Rara Rasputin, Lover of the Russian Queen. So lautet einer der erfolgreichsten Songs der Popband Bonnie M. aus dem Jahr 1978. In den letzten 100 Jahren ist viel über den legendären Grigori Rasputin geschrieben worden. Sein Name steht bis heute für ein orgienhaftes, sündiges Leben. Nicht umsonst lautet eine Stelle des Songs Rara Rasputin, Russia's Greatest Love Machine. Rasputin, der sibirische Bauer, der es zu Beginn des 20. Jahrhunderts an den Hof des Zaren schaffte, gehört bis heute zu den bekanntesten historischen Gestalten Russlands. Bis heute ranken sich Mythen um ihn und sogar eine Affäre mit der Zaren wurde ihm nachgesagt. Die meisten Gerüchte über Rasputin sind allerdings nichts als haltlose Lügen, doch sie halten sich bis heute und ein sexbesessener, sündiger Rasputin, das ist das Bild, was wir heutzutage von ihm haben. Doch wer war Rasputin wirklich? Heute beschäftigen wir uns mit diesem wohl erfolgreichsten Bauern der Weltgeschichte. Grigori Jefimowitsch Rasputin kam am 10. Januar 1869 in dem kleinen sibirischen Dorf Pokrovskoye zur Welt. Seine Eltern waren relativ wohlhabende, alteingesessene Bauern, denen ein großes Stück fruchtbaren Landes gehörte. Schon in jungen Jahren soll Rasputin über die Gabe verfügt haben, Kraft seiner Stimme Pferde zu beruhigen. Der Legende nach soll ihn mit 17 Jahren Jungfrau Maria im Himmel erschienen sein und später behauptete Rasputin immer wieder, dies sei der Moment gewesen, in dem er beschlossen hatte, sein Leben Gott zu widmen. So zog er als Pilger durchs Land, erwarb sich immer mehr Wissen über die christliche Lehre und lernte große Teile der Bibel auswendig. Zurück in Pokrovskoye veranstaltete er eigene Gottesdienste in seinem Haus und geriet so natürlich in Konflikt mit dem örtlichen Geistlichen der orthodoxen Kirche. Er begann zu predigen und gewann immer mehr Anhänger. Rasputin hatte eine Gabe, die ihm das Tor zur Macht und Einfluss öffnete. Er konnte Menschen beruhigen und trösten. Bei den meisten seiner Anhänger handelte es sich indes auch um psychisch instabile Menschen, die sich geistige Erbauung und Trost von ihm erhofften. Also Rasputin war so eine Art, ja, Psychologe, wenn man so will, für die Menschen. 1903 gelangte Rasputin als Pilger nach St. Petersburg und dort begann auch sein Aufstieg. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, das müssen wir uns wirklich klar machen, war Spiritismus und Okkultismus wie Geisterbeschwörung sehr in Mode und zwar nicht nur in Russland, sondern auch in ganz Europa, vor allem in der Oberschicht, also beim Adel und beim hohen Bürgertum. Rasputin eilte der Ruf voraus, ein Gottesmann mit Heilkräften zu sein. Und klar ist natürlich auch, zu der Zeit war ein Aberglaube, also waren die Menschen noch sehr abergläubig. Und Rasputin gewann Anhänger auch bei der Kirche, z.B. der Hofgeistliche der Zarenfamilie förderte Rasputin und durch seine hohen Förderer gelang Rasputin in die Salons des Adels. Und dort hörte man gespannt seine Interpretationen der Bibel und seinen meist wirren philosophischen Erklärungen zu. Er ging in den Palästen der Reichen und Mächtigen ein und aus. Und 1905 begegnete er zum ersten Mal dem russischen Zaren Nikolaus II. und seiner Frau, die in den nächsten Jahren zu Rasputins gelühendsten Anhängerin werden sollte. Bevor wir uns weiter mit Rasputin beschäftigen, lohnt es sich kurz einen Blick auf die Zarin zu werfen. Zarin Alexandra Fjodorowna war gebürtige Deutsche. Geboren wurde sie 1872 als Alix von Hessen-Darmstadt. Und sie war eine Enkelin der britischen Königin Victoria und deshalb sollte sie eigentlich in das englische Königshaus einheiraten. Doch sie verliebte sich in den russischen Thronfolger Nikolaus, der übrigens das englische genauso gut beherrschte wie das russische und so wurde sie 1894 Zarin des russischen Reiches. Gleichzeitig trat sie dem russisch-orthodoxen Glauben über und nahm den Namen Alexandra Fjodorowna an. Alexandra war zutiefst religiös und mystisch veranlagt. Das war schon mal eine Voraussetzung dafür, dass sie Rasputin so verfallen konnte. Der Sohn von Zar und Zarin, der Thronfolger Alexei, der 1904 geboren wurde, litt an der unheilbaren Bluterkrankheit, auch Hämophilie genannt, bei der das Blut nach einer Verletzung nicht gerinnt. Alexandra hatte die Krankheit von ihrer Großmutter Queen Victoria geerbt und an ihren Sohn weitergegeben. Hämophilie bricht nur bei männlichen Trägern aus und jede noch so kleine Schramme konnte für Alexei tödlich sein. 1907 hatte sich Alexei plötzlich beim Spielen im Palastgarten verletzt. Obwohl die Verletzung nur leicht war, fürchteten vor allem die Ärzte des Thronfolgers, da die Blutung nicht zu stopfen war, den Tod des Thronfolgers. Die Ärzte verzweifelten und die verzweifelte Zarin rief Rasputin. Dieser setzte sich an das Bett des Thronfolgers und betete. Ob es nun Zufall war oder nicht, am nächsten Morgen ging es Alexei besser und er wurde gesund. In den kommenden Jahren kam es immer wieder zu weiteren Krisen in dem jungen Leben des Thronfolgers aufgrund der Krankheit und immer wieder ging es ihm besser, nachdem Rasputin für ihn ein Gebet gesprochen hatte. Für die tiefreligiöse Zarin bestand natürlich kein Zweifel, dass durch Rasputin Gott sprach und Rasputin ein Heiliger war, ein Gottesmann. Rasputin wurde ein gern gesehener Gast im Zarenpalast und sein Einfluss vor allem auf die Zarin wuchs Jahr zu Jahr. Gleichzeitig verbreiteten sich auch böse Gerüchte um Rasputin, dem sogar eine Affäre mit Alexandra nachgesagt wurde. Eine Pressekampagne hetzte gegen den mächtigen sibirischen Bauern und ehemalige Freunde wandten sich aus Neid auf Rasputins Einfluss von ihm ab. 1914 zog das russische Zarenreich zusammen mit Frankreich und Großbritannien gegen Deutschland und Österreich-Ungarn in den Krieg. Nach schweren russischen Niederlagen übernahm Nikolaus II. 1915 persönlich den Oberbefehl über die Armee und so war Zarin Nikolaus II. von nun an für lange Zeit der Hauptstadt St. Petersburg fern. Zarin Alexander übernahm in einigen Dingen die Regierungsgeschäfte und ständig teilte Zarin Alexander ihrem Mann telegrafisch die politischen Vorschläge ihres Freundes, wie sie Rasputin nun noch nannte, mit. Also Rasputin gewann nun auch politischen Einfluss. War zum Beispiel ein Minister ein Gegner Rasputins, konnte er sich der Feindschaft der Zarin sicher sein. An der Front hagelte es Niederlagen und in den Städten herrschte Nahrungsmittelknappheit. Verantwortlich machte man auf der Straße vor allem Rasputin und die deutschstämmige Zarin, die zudem der Spionage für Deutschland verdächtigt wurde. Auch Adelige standen dem Aufstieg Rasputins feindlich gegenüber und in der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember 1916 wurde Rasputin ermordet. Drahtzieher hinter dem Mord war Fürst Felix Yusupov, einer der reichsten Männer des damaligen Russland. Keine drei Monate nach Rasputins Tod ging die Monarchie in der Februarrevolution des Jahres 1917 unter und 1918 wurde die Zarenfamilie von den Bolschewiki, den radikalen Kommunisten um Lenin, ermordet. Schöne es um den Anpassung zu sehen. Schöne es um die Beide, die W-D-W, in die Faindschaft zu sehen. Schöne es um die Chaunage. Spionage am Kampf des Ressorten.